Willkommen zu unserer dritten DVD. Diese 30 Minuten Trainings-DVD ist was ganz Besonderes, denn sie ist so easy, dass wirklich jeder mitmachen kann. Ich bin Annette und ich bin Yvonne. Balanced Swing Easy, das Glückshormonetraining auf dem Mini-Trampolin, ist ein Geschenk an dich selbst und an deinen Körper. Denn es verleiht dir nicht nur neue Kraft und Energie, sondern schenkt dir auch Wohlbefinden und gute Laune. Es unterstützt deinen Körper in all seinen Funktionen. Probier es einfach aus und erlebe, wie gut es sich anfühlt, wenn du alle Zellen deines Körpers in Schwung bringst. Wir haben diese Trainings-DVD all denen gewidmet, die im Alltag ein sanftes und doch hocheffektives Training einbauen möchten. All denen, die vielleicht aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr joggen oder Radfahren gehen können, weil in Rücken- oder Gelenke Probleme bereiten. Wir haben diese Trainings-DVD auch für gemacht, die ein paar Pfunde abnehmen möchten und noch nicht das Richtige gefunden haben, was ihnen Spaß macht. Balanced Swing Easy, geringer Aufwand, große Wirkung. Denn das Training ist nicht nur Hüpfen auf dem Mini-Trampolin. Hier trainierst du wirklich jede einzelne deiner Zellen, Wirbelsäulen und Gelenkschone. Deine Kondition verbessert sich, der Fettstoffwechsel wird auf Trab gebracht und dein Stoffwechsel, der läuft auf Hochtouren. Und nicht nur das, mit Balanced Swing kannst du mit viel Spaß die Pfunde verlieren und die Fitness trainieren. Zehn Minuten auf dem Mini-Trampolin sind genauso effektiv wie 30 Minuten Schock. Das Besondere an Balanced Swing Easy, wir trainieren barfuß oder mit Socken. Das stimuliert permanent deine Fußreflexzonen und wirkt sich wohltuend auf deinen ganzen Organismus aus. Diese Mischung aus Aktivität und Ruhe, ganz getreu nach unserem Motto Aufpowern statt Auspowern, bringt dich und deinen Körper in Balance. Du siehst also, durch diese fünf verschiedenen Elemente ist das Training sehr abwechslungsreich, dabei kurzweilig, macht eine Menge Spaß und bringt dir viel Energie für deinen Körper.